Bhagavad-Gita, Vers 28 Arjuna sagte, Mein lieber Krishna, wenn ich meine Freunde und Verwandten so kampflustig vor mir sehe, fühle ich, wie mir die Glieder zittern und mein Mund trocken wird. Erklärung Jeder, der sich dem Herrn aufrichtig hingibt, besitzt alle guten Eigenschaften, die man bei göttlichen Personen bzw. Halbgöttern findet, wohingegen es dem Nicht-Gott-Geweihten gänzlich an göttlichen Eigenschaften mangelt, gleichgültig wie fortgeschritten er durch Bildung und Kultur in materiellen Qualifikationen auch sein mag. Daher wurde Arjuna, als er seine Familienangehörigen, seine Freunde und Verwandten, auf dem Schlachtfeld sah, augenblicklich von Mitleid überwältigt, da sie sich entschieden hatten, gegeneinander zu kämpfen. Seinen eigenen Soldaten war er natürlich von Anfang an zugeneigt, Doch nun empfand er auch Mitleid mit den Soldaten der Gegenseite, da er ihren bevorstehenden Tod voraussah. Bei diesen Gedanken begannen seine Glieder zu zittern, und sein Mund wurde trocken. Es verwunderte ihn sehr, sie so kampflustig zu sehen. Nahezu die gesamte Familie, alle Blutsverwandten Arjunas, waren gekommen, um gegen ihn zu kämpfen. Dies überwältigte einen gütigen Gottgeweihten wie Arjuna. Obwohl es hier nicht erwähnt wird, kann man sich dennoch vorstellen, dass nicht nur die Glieder Arjunas zitterten und sein Mund austrocknete, sondern dass er auch aus Mitleid weinte. Solche Merkmale Arjunas beruhten nicht auf Schwäche, sondern auf Weichherzigkeit, einem der Kennzeichen eines reinen Gottgeweihten. Deshalb wird gesagt, Wer sich unerschütterlich dem höchsten persönlichen Gott hingibt, besitzt alle guten Eigenschaften der Halbgötter. Wer aber kein Gottgeweihter ist, besitzt nur materielle Qualifikationen, die von geringem Wert sind, denn er befindet sich auf der verstandesmäßigen Ebene und wird mit Sicherheit von der glitzerten materiellen Energie angezogen. Bhagavatam 5.18.12